Achtung, Einschaltung im öffentlichen Interesse. Da YouTube Urheberrechtsbestimmungen hat und diese sich gemeldet haben, ist das Let's Battle mit der Nummer 7 nur über rapidshare.com herunterzuladen. Das ist jedoch nicht schlimm, da ihr sowieso dieses Let's Battle bestimmen könnt. Und zwar, wer gewinnt. Eure Entscheidung, das Video auf eurem PC. Ich hoffe, ihr meldet euch. Allerdings bitte ich euch, die Kommentare doch bitte auf YouTube und nicht irgendwo anders zu veröffentlichen. Vielen Dank. Einschaltungen im öffentlichen Interesse.